Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer Sondersendung mit mir, Charles Fleischhauer mit Bernhard Reicher und diese Sendung ist die Fortsetzung, die ihr euch gewünscht habt, die Fortsetzung zu unserer gemeinsamen Sendung Fantastik und Magie und dieses Mal haben wir uns gedacht, wir nehmen ein Thema, was noch etwas prägnanter ist, vielleicht etwas greifbarer und zwar haben wir das Thema Vampire und Besetzung. Hallo Bernhard, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und Lust hast, diese Sendung zu machen. Ja, danke, ich freue mich auch. Es ist echt schön. Ja, das Einzige, was irgendwie total stört bei unseren Sendungen, ist diese Distanz. Ich sitze in Hamburg, du sitzt in Graz, Deutschland, Österreich. Es ist unangenehm, ja. Ich meine, ich könnte mich zu dir zaubern, wenn du möchtest. Meinst du, das geht? Ich meine, können Magier sowas heutzutage? Könntest du dich von Graz hier nach Hamburg her zaubern? Hin und wieder klappt's. Naja, gut. Ich bin da eher skeptisch, was die Magie betrifft, aber wir können es ja mal ausprobieren. Was muss ich denn dafür machen, dass du dich jetzt herzauberst? Lass dich überraschen. Du brauchst im Prinzip nur deine Kopfhörer abzunehmen, der Rest geschieht dann. Naja, gut. Dann probieren wir das mal aus. Wow! Das ist ja wirklich unglaublich. Magie macht's möglich. Ich hab ja gedacht, jetzt irgendwie verarschst du mich, aber wow, was Magier alles können. Von Graz nach Hamburg in unter einer Sekunde. Unglaublich, Bernhard. Herzlich willkommen in Hamburg. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Freil mich, wieder hier zu sein. War ja der schnellste Flug. Ja, und wir wollen auch, liebe Freunde, wir wollen jetzt direkt, nachdem wir das Thema schon anmoderiert haben und auch Magie im Spiel war, thematisch einsteigen. Und zwar fangen wir doch mal an mit dem berühmtesten aller Vampir-Romanen, der ja auch die Populärkultur und auch unser persönliches Bild von Vampiren so stark geprägt hat. Und zwar Bram Stokers Dracula. Und vielleicht magst du ein bisschen mal erzählen, Bernhard, wer war überhaupt Bram Stoker? Wie ist es dazu gekommen, dass der diesen Roman geschrieben hat? Und was sind vielleicht auch die okkulten oder magischen Hintergründe zu diesem Buch? Ja, da gibt's ein paar. Das ist etwas, was man inzwischen schon eher gehört hat, aber vielen ist es doch noch nicht so bewusst. Stoker war ihre. Ich habe auch in Dublin im Writers Museum die Erstausgabe von Dracula gesehen hinter einer Vitrine. Das ist total schön. Hat aber in England gelebt und gearbeitet und er war Mitglied im Golden Dawn, dem wahrscheinlich einflussreichsten magischen Orden. Und in der Zeit war, da gab's schon eine Vampir-Erzählung, die ganz einflussreich war, nämlich Camilla von Sherry den Lefany, der auch wahrscheinlich im Golden Dawn war. Es gab auch noch The Vampire von John Polidori, aber das Spannende an Camilla ist, dass es, wie soll ich sagen, eine Art Blueprint geliefert hat für Vampir-Erzählungen. Allerdings ist die Vampirin, eben Camilla, eine Gräfin, die lesbisch ist und das war im prüden viktorianischen England eine, das war ein Skandal. Umso lieber ist es natürlich gelesen worden. Und da gibt's zum Beispiel auch einen Arzt, der das Ganze untersucht und Camilla auf die Fährte kommt, das ist Heselius. Daraus wurde dann Van Helsing bei Stoker. Also er hat da deutliche Anleihen genommen. Also es ist kein Plagiat, aber er ist schon stark davon inspiriert. Ja, 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 ja. Er hat einfach Motive aufgegriffen, die damals bekannt waren. Heute kennt kaum jemand Camilla. Das ist eine Erzählung in einer Sammlung von, ich glaube, es sind fünf so Erzählungen, die Heselius berichtet. Die Sammlung heißt In a Glass Darkly. Und das für mich Interessante daran ist, dass Camilla in der Steiermark spielt. Es gibt nämlich bei uns tatsächlich sehr viele Vampirerzählungen. Und auch tatsächlich so Gerichtsakten noch. Das hat damit zu tun, dass damals oder ein bisschen davor im Habsburger Reich eine Art Massenpanik oder Massenhysterie war, die sich vor allem auf Siebenbürgen bezog, also das heutige Transsilvanien. Und Menschen hatten davor Angst, dass die Menschen wieder aus ihren Gräbern aufsteigen. Wir sprechen jetzt so zeitlich ungefähr vom Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang bis 19. Genau, das war Maria Theresia. Da gibt es den berühmten Vampirerlass sogar. Die hat nämlich aufgrund dieser Massenpanik ihren Leibarzt, den Giraf Hans Wieten, nach Siebenbürgen geschickt, damit er das mal untersucht, ob da was dran ist. Man weiß es ja nicht. Und der war so ein aufgeklärter humanistischer Arzt, hat sich das dort angesehen und kam zurück und hat Maria Theresia erklärt, naja, also das ist Blödsinn. Und daraufhin hat sie diesen offiziellen Vampirerlass rausgebracht, der es den Untertanen in der Habsburger Monarchie untersagt. Sie sollen das doch bitte lassen und den Toten ihre Ruhe lassen und die Gräber nicht öffnen und sie nochmals töten. Das hat auch sogar zu einem päpstlichen Edikt geführt. Das war tatsächlich ein Riesenthema. So eine allgemeine Angst vor Wiedergängern, Nachzehrern und Vampiren. Und das hat sich eben auch bis in die Steiermark gezogen. Und da gab es einige solcher Fälle, die man auch in Gerichtsakten nachsehen kann. Einer der berühmtesten Serienmörder der Geschichte, der Herzlfresser, der war noch Anfang des 20. Jahrhunderts ein Kinderschreck in der Steiermark. Und es gibt eben auch eine Verknüpfung zu diesen Vampirgeschichten dadurch, dass eine schottische Adlige, ich glaube eine Gräfin, in der Steiermark gelebt hat. Auf dem Schloss Hainfeld bei Feldbach. Das ist tatsächlich keine Stunde von Graz weg. Also das kenne ich. Ein sehr schönes Wasserschloss. Und im viktorianischen Zeitalter gab es auch einen Reisenden, der hat irgendwie die ganze Welt bereist. Damals war es sehr populär, diese Reiselektüre und Reiseberichte zu lesen. Und er hat einen Winter dort verbracht bei seiner Landsmännin auf diesem Schloss. Und scheinbar, ich habe es nicht gelesen, aber steht irgendwo in diesen Aufzeichnungen, dass er auf der ganzen Welt keine so hässlichen und degenerierten Menschen getroffen hat, wie in der Steiermark. Und das kannte man. Darauf hat sich Sheridan Lefany bezogen, als er Camilla, diesen weiblichen, lesbischen Vampir, auf Schloss Hainfeld bei Feldbach angesiedelt hat. Ich finde es ja interessant, weil ja auch, da hatten wir in der ersten Sendung drüber gesprochen, auch der Frankenstein-Roman, der spielt ja in Süddeutschland und ist auch von Großbritannien entstanden. Also dort entsteht diese Horrorliteratur, spielt aber eigentlich im deutschen Kulturkreis. Ja, es war so eine gewisse Exotik, glaube ich auch. Man konnte es sich noch vorstellen. Das war noch etwas, was man vielleicht bereisen konnte. Ich finde es auch deshalb witzig, weil ja wahrscheinlich so in unserem deutschen Verständnis ist es eher so eine Spukgeschichte, die spielt dann vielleicht in einem Schloss in Schottland. Ja, 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 ja. Projektion, aber die Menschen von dort, deren Spukgeschichten, die spielen dann bei uns. Es muss ein bisschen was Exotisches haben, aber noch so nah, dass es nachvollziehbar ist. Und ja, wie gesagt, also die Camilla, es ist eine interessante Novelle. Ich habe sie echt gern gelesen und da sind eben, wie gesagt, diese, da ist dieser Blueprint für moderne Geschichten drinnen, die dann Stoker aufgegriffen hat. Und ursprünglich wollte er den Dracula auch in der Steiermark spielen lassen, aufgrund dessen. Und sogar in Graz. Es gibt noch einen Hinweis darauf. Hast du das gelesen, Walpurgisnacht von Stoker? Nee, nee, ich selber muss mich gerade als Kulturbanausen outen. Ich habe Bram Stoker nicht gelesen. Das ist, da kann man vielleicht noch drauf. Er war sehr modern in dieser Weise. Und Walpurgisnacht kann man noch kaufen, glaube ich. Man spielt ja auch einen deutschen Spiel. Ja, genau. Es ist im Prinzip eine Art Prequel zu Dracula, das er dann aber nicht in den Roman reingenommen hat. Ich glaube auch, der Verleger hat meint, man braucht es nicht. Und da beschreibt er, wie Jonathan Harker auf seiner Reise nach Transsilvanien, ich glaube in der Nähe von München, in der Walpurgisnacht herumirrt. Es ist Gewitter, es ist schaurig und er verirrt sich auf einen Friedhof und wird dort von, man weiß es nicht so genau, sind es Zweige, sind es die Arme von den toten Gespenstern irgendwie festgehalten. Und sein Blick fällt dann auf eine Grabplatte und da ruht die Gräfin Dohlingen zu Graz. Da kommt also noch, da merkt man noch die Spuren. Allerdings hat Stoker schon sehr früh in der Konzeption das wieder verworfen, weil er dann eben von dieser historischen Gestalt des Fehlers gehört hat. Vlad Dracula, der dem Drachenorden angehört hat, ein sehr erfolgreicher wie grausamer Feldherr, der eben das Habsburger Reich gegen die Türken verteidigt hat. Und das war dann halt noch exotischer, das war noch weiter weg. Irgendwie war ihm dann die Steiermark vielleicht doch zu nahe und dann hat er eben Dracula mit, also hat sich von dieser historischen Figur inspirieren lassen und hat das dann in Transsilvanien angesiedelt. Allerdings auch nicht ganz korrekt, sein Schloss ist ja in der Nähe des Borgo-Passes, dort gibt es keins. Wahrscheinlich war es das Schloss Bran, also so wie er es auch beschreibt, dass es so auf dem Felsvorsprung oben steht. Und das kommunistische Regime hat dann in der Nähe des Borgo-Passes tatsächlich so ein Schloss nachgebaut, um da so Tourismus anzugucken. Und ich glaube, der echte Fürst Vlad war ja auch der Fürst von Siebenbürgen und nicht von Transsilvanien. Siebenbürgen ist Transsilvanien. Achso, ich dachte jetzt immer, das wären nochmal zwei verschiedene Sachen. Ne, im Prinzip ist es das. Also das hat eben noch zur K&K-Monarchie gehört und Bran war so der letzte Ausläufer davon. Allerdings hat er dort nicht viel Zeit verbracht. In erster Linie war er dort inhaftiert in der Zeit. Ich war immer der Meinung, das wären zwei verschiedene Fürstentümer. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Im Prinzip ist aber dadurch schon bei Bram Stoker der Vampirmythos, der moderne Vampirmythos, wie wir ihn kennen, mit der Region, dem heutigen Rumänien verknüpft worden. Was ja auch nicht völlig abwegig ist. Dort ist ja auch eins dieser Epizentren des Vampirglaubens. Aber nicht nur. Also diese Vorstellung des Vampirs, die ist eigentlich in ganz Osteuropa beheimatet. Im Prinzip ja. Auch im Balkan. Bis nach Griechenland, bis nach Albanien auch. Ja, ja. Es gibt ja auch in der griechischen Mythologie die Vorstellung der Lamien. Das ist so eine Art Vorform des Vampirs. Aber eben in Südosteuropa ist es das Mythologem schlechthin, der Vampir. Allerdings bei weitem nicht so, wie wir ihn kennen. Das kam tatsächlich durch Stoker. Bernhard, vielleicht magst du ja mal erklären, ganz jetzt mal ein bisschen weg vom Bram Stoker. Was genau ist ein Vampir? Und zwar also im Volksglauben. Wie ist ein Vampir definiert und wie unterscheidet er sich von den Popkultur-Vampiren, die wir kennen? Ja, da muss man wahrscheinlich auch auf die jeweilige Region eingehen. Die definieren das wiederum anders. Was ich gehört habe, in Rumänien selbst, also ich war 2011 dort auch im Zuge einer Fernsehreportage, wo es um Vampirismus und Volksglauben geht. Und da waren wir auf Spurensuche. Da haben die gesagt, also bis Anfang 20. Jahrhundert war diese Vorstellung von Vampir, so wie Dracula eben dargestellt wurde. Das hat niemand gekannt. Also das war tatsächlich eine romantisierte Version, die Stoker eingefügt hat. Vielleicht noch ganz kurz, weil ich gesagt habe, sehr modern. Der Roman ist ja wirklich spannend zu lesen. Er besteht ja aus Tagebuchaufzeichnungen, Zeitungsmeldungen und so. Also sehr, sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit. Er liest sich dadurch auch sehr flüssig, so wie verschiedene Blogbeiträge oder so heute. Und der hat das eben in diese Gothic-Shower-Novel übernommen. Wie das in Transsilvanien selber zum Beispiel ist, das haben sie mir dort unten erzählt. Es gibt Strigoi und Moroi. Strigoi sind sowas wie körperlose Phantome, die sich an einen Menschen anheften. Sowas wie Parasiten in der Aura könnte man auch sagen. Zeitweilig oder längerfristig. Und sich von dessen negativen Emotionen ernähren, die auch entsprechend negative Gedanken eingeben oder Ängste verursachen, um wieder Nahrung zu haben. Es ist natürlich sehr vereinfacht, aber das ist eine Vorstellung der Strigoi. Interessant finde ich, dass das Wort ziemlich sicher verwandt ist mit Strix, die Eule. Und daraus wiederum hat sich zum Beispiel in Italien das Bild der Hexe entwickelt, rein etymologisch, La Strega. Also da gibt es ganz viele Verbindungen. Und die Moroi sind körperhafte Wesen, die unter der Erde leben. Sowas wie, keine Ahnung, in unterirdischen Gängen hausen, die den Menschen in vielen Dingen weit voraus sind, die auch Kulturbringer waren. Also das ist ja auch ein Motiv der Kulturheros, der den Menschen Kenntnisse bringt. Und in anderen Dingen sind sie aber nicht so weit wie wir. Und für ihre Gaben haben sie immer wieder mal was verlangt. Zum Beispiel Blut oder die eine oder andere Jungfrau. Und was die Moroi nicht mögen, ist Knoblauch. Also das haben sie uns so erzählt. Das ist eine, also mal eine Unterscheidung, da merkt man eben ein paar Elemente, die im Volksglauben heute noch vorhanden sind. Und die sagen so, na, ich bin nicht abergläubisch, aber auf keinen Fall hier unter der Tür die Hand geben. Das darf man auf keinen Fall. Oder einer unserer Guides hat auch gesagt, er versteht nicht, warum die Menschen so vor die Haustür Matten geben, wo Welcome draufsteht. Da lädt man doch alles ein. Das kann man doch nicht machen. Also die gehen schon sehr damit um. Abgesehen davon, also wir haben dann auch ein paar Roma interviewt. Die haben auch gesagt, ja klar, natürlich, also das ist so der Großvater von dem hier, der, der kam zum Beispiel wieder. Also das ist, wenn man von einem der Strigoi besessen ist oder besetzt wurde, dann wird man unter Umständen nach seinem Tod selber zu so jemandem. Und dann muss man sich auch halt davon ernähren. Man findet einfach keinen Frieden im Tod. Und dann muss man halt nachhelfen. Ja, und das war so. Den haben sie auch, ja, damit der dann Ruhe gibt und nicht mehr kommt, muss man dann die Leiche nochmal ausgraben. Das ist recht bekannt. Also das bedeutet auch, man muss diese Leiche köpfen, den Kopf auf einen Spieß oder auf eine Gabel aufstecken und der Leiche den Brustkorb öffnen, das Herz rausnehmen. Das Herz wird verbrannt und die Asche des verbrannten Herzens wird in eine Schüssel mit Wasser eingerührt und das ganze Dorf trinkt das aus. Dann ist gut. Also nicht so mit so, oh, sie mögen das Sonnenlicht nicht oder so. Flock durchs Herz. Ja, das. Nicht in dem Sinne. Na, Flock durchs Herz kam tatsächlich durch Stoker, soweit ich weiß. Und das wird halt noch gemacht. Also wir haben auch mit einem Journalisten Kontakt gehabt, der 2005 das erste Mal einen Bericht darüber veröffentlicht hat, wo in einem Dorf, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es Transsilvanien war. Das könnte ja auch die Wahlerei gewesen sein, einer Leichenschändung auf die Spur gekommen ist, wo genau das halt passiert ist. Und die Menschen haben auch nicht wirklich verstanden, warum jetzt die Polizei kommt, weil sie haben halt, sie haben dem geholfen, dass der jetzt nicht, sie haben seiner Seele geholfen. Und ich kann mich sogar erinnern, dass das in den österreichischen Nachrichten war, 2005. Ich erinnere mich auch an so einen Fall aus dem Fernsehen. Das wird das gewesen sein, denke ich. Ja, und genau diesen Journalisten haben wir getroffen und interviewt. Von dem haben wir einiges an Material bekommen. Der hat sich inzwischen darauf spezialisiert und das war halt kein Einzelfall. Das passiert. Also der hat uns auch erzählt, jetzt vor kurzem, als wir unten waren, da haben zwei Mönche eine junge Frau im Rahmen eines Exorzismus gekreuzigt und die ist an den Folgen gestorben. Und sie haben auch nicht verstanden, warum die jetzt verhaftet wurden, weil sie haben ja ihrer Seele geholfen. Und das finde ich spannend. Das ist EU, 21. Jahrhundert. Also natürlich passiert das nicht jeden Tag, aber es passiert. Das heißt, da ist eine Geschichte am Werk, die ja noch ziemlich viel Kraft hat. Was ich interessant finde, ist, jetzt hatten wir so in dieser Zeit 18. bis 19. Jahrhundert in ganz Osteuropa mit Ausläufern bis nach Österreich hinein diesen starken Vampirglauben, diesen Volksglauben, so wie noch heute in Rumänien dann in entlegenden Regionen präsent. Aber zu dieser Zeit auch in ganz vielen anderen Ländern, von Ungarn über Serbien, ich glaube teilweise bis nach Polen rein, diesen Komplex an Vorstellungen. Und dann hat man diesen irischen Autor Bram Stoker, der Teile davon aufgreift, der ein Buch darüber schreibt, was dann wiederum eigentlich ja auch den Westen Europas, die Länder, wo dieser Glaube nicht präsent ist, in einem gewissen Maße bis heute noch mit einem, ich will nicht sagen Vampirglauben, aber mit einer Vorstellung von Vampirismus und von Vampiren gefüttert hat. Eigentlich hat er, könnte man das vielleicht auch sagen, den Vampirglauben promotet. Ja, in gewisser Weise. Und Dracula ist ja einer der erfolgreichsten Romane der Literaturgeschichte. Und aus magischer Sicht wäre es jetzt nicht abwegig zu sagen, da gibt es eine gregoriale Struktur oder sowas wie ein Archetyp, der Interesse daran hat, dass diese Vorstellung verbreitet wurde, der Stoker dazu animiert hat. Finde ich interessant, auch anknüpfend an unsere erste Sendung. Und liebe Leute, wer sie noch nicht geschaut hat, schaut sie euch an, weil da geht es genau darum, inwieweit eigentlich literarische Welten und Realitäten miteinander korrespondieren und verschmelzen. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf, da frage ich mich dann bei Bram Stoker, der ja auch Mitglied wohl war im Golden Dawn, also auch in einem magischen Orden, inwieweit auch seine Literatur, seine literarische Schöpfung vielleicht so magische Hintergedanken hatte. Und warum er gerade dieses osteuropäische Thema dann wählt, um es so in die kulturelle Sphäre hinein zu pushen, wenn man so will. Ja, ich glaube, es war, also verschiedene Aspekte. Einerseits war es, wie gesagt, diese Exotik, die aber noch greifbar war. Man konnte sich tatsächlich vorstellen, dass Jonathan Harker in einer langen Reise von England aus nach Transsilvanien kommt, aber es ist halt beschwerlich und so. Und das war das eine. Und dann hat er viele Themen aufgegriffen, die damals auch in, gerade in England, vorherrschend waren. Zum einen eben diese Faszination für Vampirismus durch Camilla von Sheridan Lefany. Dann gab es im viktorianischen Zeitalter auch eine Angst, nämlich lebendig begraben zu werden. Das war ein Hype. Ja, das habe ich auch mal gesehen, dass es teilweise sogar so Glocken gab, die an Gräbern angebracht waren, für den Fall der Fälle, dass man wieder aufwacht, dass man dann diese Glocken noch betätigt hat. Dass man im Sarg so wenig, dass man dran ziehen kann und auf sich aufmerksam zu machen, das konnte man, glaube ich, gegen einen Aufpreis dazukaufen. Weil diese Angst so überwältigend war, das hat er mit eingebracht. Also er hat auf ganz viele Elemente zugegriffen, die damals so im Feld waren. Und natürlich ist das Ganze stark erotisch aufgeladen. Was ich noch interessant finde, ich habe den Roman zwar, wie ich ja schon gestanden habe, nicht gelesen, aber ich kenne die Handlung so ungefähr. Und es ist ja, wenn ich mich nicht irre, so, dass der Graf Dracula, der Vampir, dann Transsilvanien verlässt und im Rahmen der Handlung nach London reist. Ja, ja. Das heißt, die Geschichte spielt dann am Ende in London. Und ich frage mich, ob es nicht auch irgendwo sowas symbolisiert oder symbolisieren könnte, wie dieses okkulte Element jetzt praktisch von Südosteuropa nach London kommt. Weil ich meine, London ist das Zentrum dieser okkulten Logen. Vielleicht hat man sich dort auch mit Vampirismus befasst. Ja, und es war das Zentrum der Welt. So wie heute in allen Hollywood-Filmen, so, wir müssen die Welt retten. Das heißt, Amerika war damals alles London. Also, denk an H.G. Wells, die Martianer, die landen hier und zerstören London. Oder es war so immer dieses, ich glaube auch so eine Angst der Kolonialmächte, dass etwas Barbarisches von außen kommt und hier Schaden anrichtet. Da spiegelt sich sowas wieder. So diese ungezähmte und unbezähmbare wilde Kraft des Vampirs. Ich frage mich halt bei einem Okkultisten, also jemand, der Mitglied im Golden Dawn ist, den denke ich kann man als Okkultisten bezeichnen, der so einen Roman schreibt, ob den eine Angst getrieben hat oder vielleicht ja auch einen Wunsch, dass gewisse Kräfte dort in London sich manifestieren mögen oder nach London kommen. Vorstellbar. Dazu weiß ich jetzt aber zu wenig, was tatsächlich sein wird. Ja, 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 aber ist eine interessante Hypothese. Absolut. Gut. Und das ist ja auch spannend, dass tatsächlich dem unglaublichen, weiß ich nicht, dieser Autorität, dieser Verführungskraft Draculas fast nichts entgegengesetzt werden kann. Da braucht es dann halt eben diesen Arzt von Helsing, der ein paar wenige um sich schart und Dracula zu Leibe rückt. Aber in Wirklichkeit zeigt es halt auch auf diese Verletzlichkeit und eigentlich Schutzlosigkeit des hyperrationalen England. Das ist doch auch interessant, dass derjenige, der dann in der Lage ist, den Vampir zu besiegen, ein Arzt ist, also ein Naturwissenschaftler, ein Mediziner, wenn man das vielleicht symbolisch sieht. Ja, 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 ja. Die Medizin überwindet dann das okkulte Wesen. Wobei von Helsing sich dessen bewusst ist, dass es das gibt. Und wie gesagt, von Helsing ist eine Fortführung der Figur des Heselius von Léphanü. Und der wiederum bezieht sich auf diesen Schiraf von Spieten, den Leibarzt von Maria Theresia. Aber es ist natürlich auch dann letztlich ein Sieg der aufgeklärten Vernunft des Humanismus über diese okkulte Triebkraft, die Dracula versinnbildlicht. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du ein verklemmter Brüder-Victorianer bist, der Roman, der wie gesagt sehr mitreißend geschrieben ist, der schlägt ein wie eine Bombe. Natürlich. Und ob und inwiefern damit dann auch bewusst okkulte Ideen noch propagiert wurden oder unbewusst, je nachdem. Wir können nur spekulieren. Ja, aber es ist denkbar. Zumindest was wir ja, ich sag's mal, messen können, ist die Wirkung, die das dann gehabt hat. Und die ist ja in der Populärkultur wirklich überwältigend. Und wir alle kennen ja, wenn man so will, dann die Enkelkinder Draculas, sag ich mal so, von Blade bis Interview mit einem Vampir. Also von irgendwie kriegerischen Vampirfiguren bis zu sehr erotisch Angehauchten. Aber eigentlich niemand ist so ganz vom Vampir unberührt. Der Vampir ist Teil unserer Kultur und unserer Vorstellungswelt. Er ist auch so eine verwegene Gestalt. Ein bisschen sowas wie der okkulte Pirat fast. In gewisser Weise, ja. Er hat halt ein paar Einschränkungen, aber ansonsten muss er sich um nichts kümmern, weil er einfach unbesiegbar ist. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Meine Lieblingsgestalt ist ja Nosferatu. Also wirklich aus dem Stummfilm. Den haben sie ja so genannt, weil sie die Rechte nicht bekommen haben an Dracula. Und der wurde offensichtlich auch durch Logen finanziert, der Film. Ja, der ist auch unheimlich gut. Den habe ich tatsächlich auch gesehen. Meisterwerk. Ja, absolut. Max Schreck als Nosferatu ist bis heute unübertroffen, meiner Meinung nach. Und Gary Oldman natürlich. Also Gary Oldmans Dracula, sensationell. Du hattest vorhin nochmal angesprochen, es gibt auch einen Volksgaumvorläufer der Vampire. Du hattest im griechischen Kontext die Lamien angesprochen. Und soweit ich weiß, sind die Lamien ja oft weibliche, vampirartige Wesen. Das sind Geistwesen, die dann irgendwie im Wald, an Lichtungen der Natur jungen, attraktiven Männern auflauern. Die verführen, ein erotisches Abenteuer offerieren und letzten Endes den Mann dann töten und aussaugen. Was die aber wiederum von den Vampiren unterscheidet, so wie ich es verstanden habe und das ist so der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist der, dass die Lamien sind von Anfang an Geistwesen. Das sind Wesen aus der geistigen Welt, während der Vampir, doch wenn ich es richtig interpretiert habe, eigentlich mal ein Mensch war. Es ist ein Mensch, der dann über eine Besetzung oder einen Fluch oder warum auch immer dann erst zum Vampir wird, zum dunklen Geist. Ja, klar ist die Frage halt nach Henne und Ei wiederum. Die Strigoils sind in erster Linie körperlos. Wie das da zusammenspielt, da gibt es, wie gesagt, auch in jeder Region eigene Ideen und eigene Vorstellungen dazu. Aber dieser Punkt, dass der Vampir, so ist er ja auch dann in der Popkultur dargestellt. Er hat eine menschliche Seite. Ja. Das macht ihn sehr interessant. Er ist teilweise human. Ja, ja, ja. Oder ein Humanoid, wenn man so will. Richtig. Eine ganz interessante Darstellung ist für mich die Serie True Blood von HBO. Es ist ja auch eine Romanreihenverfilmung. Und da haben sie das mit dem Thema Rassismus gut verknüpft. Dass Vampire sich auch versteckt halten mussten, weil sie sonst gejagt worden wären. Und jetzt gibt es eine Ersatzdroge sozusagen. Sie brauchen nicht mehr Blut. Es gibt eben True Blood und dazu müssen sie Menschen nicht mehr jagen und sind dadurch selber nicht mehr in Gefahr. Und deswegen können sie sich outen und sind jetzt Lehm unter uns. Und auch das ist spannend. Was ist das jetzt? Sie sind keine Menschen, offensichtlich nicht. Aber wir können irgendwie mit ihnen interagieren. Das ist eben diese, so wie es leider in vielen rassistischen Debatten geführt wurde. Kann man die als vollwertige Menschen gelten lassen? So ähnlich war es, ist auch der Vampir natürlich ein, was ist das? Ja, ist es, ja. Aber ich glaube, das ist jetzt mehr der literarische Vampir. Ich glaube, im Volksglauben. Da ist ganz klar, Kopf abschneiden, Herz rausschneiden, verbrennen, alles. Es ist auch interessant, wenn die Vorstellung interessant, der Vampir im Volksglauben ist ja eigentlich ein Arn. Ein Arne, der, warum auch immer, durch eine Besetzung oder einen Fluch zum Vampir wird und dann seinen Angehörigen nachstellt oder anderen Menschen aus dem Dorf, also Menschen der näheren sozialen Gemeinschaft und denen schadet. Und das finde ich psychologisch so interessant, wenn wir jetzt an Familienaufstellungen denken oder transpersonale Psychologie, wo ja auch immer wieder das Thema der Arnenreihen so eine große Rolle spielt. Und letzten Endes könnte man ja auch sagen, ist dann der Akt, wenn dann der Leichnam des Vampirs entsprechend bearbeitet wird, um ihn unschädlich zu machen, fast schon im systemischen Kontext eine Art therapeutische Handlung für die Dorfgemeinschaft. In gewisser Weise ja, ja. Dass das halt juristisch gesehen eine Leichenschändung ist, ist eine andere Frage. Das ist eine moderne Vorstellung. Ja, aber die rituelle Aufarbeitung, also das nochmals Töten dieses Wiedergängers erfüllt wahrscheinlich genau diese therapeutische Funktion. Absolut. Man könnte natürlich auch sagen, im Ahnenfeld gibt es da etwas, das unerlöst ist und das sich dann halt durch ein Vampirisieren der Nachfolgen zeigt, ein Familienfluch oder so. Und das ist halt eine personifizierte Darstellung davon. So sehe ich das auch oder tendiere dazu, das so zu interpretieren, dass dort etwas auch im Sozialgefüge mit einer Person, die verstorben ist, noch nicht aufgearbeitet ist, was auch immer das sein mag und sich dann die Vorstellung des Verfolgtwerdens irgendwie äußert. Aber die Vorstellung von Ahnengeistern, die besendigt werden müssen, die findet man ja in allen Weltkulturen. Da sind sie nicht Vampire, aber man muss immer den Ahnen Opfergaben darbringen, die Ahnengeister beschwichtigen. Das finde ich auch sehr interessant, die Vorstellung, dass gerade jetzt die Ahnen, die Großmutter, die verstirbt, dann unter Umständen, wenn man sie nicht beschwichtigt, ja, einen verfolgt, einem schlechtes will. Wenn sie, wenn irgendwas unerlöst ist, ja, wenn irgendein Versprechen nicht eingehalten wurde oder… Und drückt das nicht auch beim Vampir irgendwie diese Sehnsucht des Vampirs den Durst nach Blut? Dieses Unerlöste aus Blut als Lebenselixier, als lebensspendende Kraft, von der er sich nähren muss. Also der Vampir ist ja ein Durstiger, er ist einer, der noch etwas braucht. Ein Süchtiger. Also es ist tatsächlich die längste Sucht, die man sich vorstellen kann. Er kommt ja nicht weg davon, ja. Also rein psychologisch interpretiert könnte man das so sehen, ja. Ich gehe da halt noch einen Schritt weiter und sage, ja, Blut ist halt auch magisch noch besonders interessant. Und ich würde es auch noch ausdehnen von dieser rein psychologischen Sichtweise auf halt Erfahrungswerte tatsächlich mit Wesenheiten, die tatsächlich in der Aura sitzen können und sozusagen von unserer Lebensenergie. Welche magische Bedeutung hat denn das Blut aus deiner Sicht oder aus deinem Erfahrung, Schatz? Es ist die größte Bindung, die ich kenne. Also Körpersäfte generell, ja, Blut. Natürlich auch Sexualsekrete, aber da sind wir mit Blut auch sehr nah dran. Interessanterweise auch Bram Stoker's Dracula, dieser Film mit Gary Oldman, der kam ja auch am Höhepunkt der Aids-Hysterie in die Kinos und war, glaube ich, eine, eine, hat auch damit gespielt. Dieses wird durch Blut übertragen und so. Und Blut ist halt eines der größten magischen Bindemittel. Also bei Sympathiemagie, wenn ich eine Puppe herstelle, die jemand repräsentiert, brauche ich ein magisches Bindemittel. Das kann eben ein Haar sein, ein Fingernagel, Spuck, ein Foto vielleicht. Und am stärksten sind Sexualsekrete und Blut. Und damit spielen ja auch moderne Vampirdarstellungen dieses Sich-Unterwerfen oder einen Meister haben. Ich bin dem jetzt auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Also das spielt alles mit rein. Genauso natürlich auch ist Blut die stärkste Aufladung, die ich haben kann. Oder auch wenn ich mit Spirits, das muss auch nicht immer negativ sein. Es gibt Spirits, die mir zu Dienste sein wollen vielleicht, die aber für ihre Arbeit auch Opfer wollen. Das kann mal ein Schluck Alkohol sein, das kann Kerzenlicht sein, das kann Düfte sein durch Räucherwerk oder so. Und manche verlangen für ihre Arbeit Blut. Dem muss man nicht nachgehen. Manchmal muss es auch nicht das eigene sein. Das kann man vielleicht auch beim Schlachter, kann man Tierblut besorgen oder so. Aber das eigene Blut hat natürlich von jeher so die, wie soll ich sagen, die stärkste Wirkung. Ist auch klar, wenn ich zu wenig davon habe, bin ich tot. Also es ist meine Lebenskraft, die ist seit, das ist garantiert schon bevor es überhaupt Homo Sapiens gegeben hat, klar gewesen. Also das ist etwas so Archaisches, das uns da begleitet. Und eine Verbindung einzugehen, indem ich jemandem mein Blut gebe als Opfer oder je nach Vorstellung. Da gibt es ja dann auch in der modernen Popkultur unterschiedliche Varianten, aber vielleicht auch von dessen Blut trinken muss, um zum Vampir zu werden. Das ist halt eine, eine, eine engere Verbindung ist schwer vorstellbar. Auch im psychologischen Sinn, wie da natürlich Blutsverwandtschaft in die Ahnenreihe aufgenommen zu werden. Du bist jetzt auch spontan so an Kinderspiele, die Blutsbruderschaft. Ja, ja. Du musst dann irgendwie zwei in die Finger schneiden und dann die Hand geben, jetzt sind wir Blutsbrüder. Richtig, ja, ja. Ich glaube, das ist ein Überbleibsel oder eine Erinnerung an solche archaischen Rituale. Und das macht halt auch tatsächlich was. Also ja, es gibt ja auch eine, ich weiß nicht, ob es als erotische Fixierung klassifiziert ist oder auch als psychologische Störung oder so, diesen zwanghaften Drang Blut trinken zu müssen. Es gab ja auch mehrere Fälle, das fand ich interessant, wirklich, soweit das dokumentiert ist, ich glaube, auf der ganzen Welt im Laufe der Jahrzehnte von Serienmördern, Serienmördern, die bei ihren Morden sich, ja, vampirischer Praktiken bedient haben, um es mal so zu sagen, oder sich vielleicht auch für ein Vampir gehalten haben. Oder einfach nur so ein Verlangen hatten, Blut zu trinken, ohne jetzt sein, etwas widerwärtige Details jetzt näher einsteigen zu wollen. Aber es gibt dieses Phänomen, einfach scheinbar in der menschlichen Psyche, dass gewisse Individuen dann dazu tendieren, so einen Blutdurst zu entwickeln. Und auch das kann ja gegebenenfalls mit irgendwie dazu beigetragen haben, dass sich im Volksglauben so Vorstellungen von diesen blutsaugenden Vampiren auch etabliert haben. Ja, oder auch nur spekulativ, wenn es Wesen gibt, die sich davon ernähren, die sozusagen als Parasiten jemanden dazu animieren. Und die den Gedanken eingeben, du musst Menschen töten und deren Blut trinken. Den Gedanken finde ich interessant, der würde ja auch dahin spielen, dass Menschen, die jetzt so sehr destruktive Handlungen begehen, also wie Serienmörder, Besessene sind. Und in solchen Fällen dann unter Umständen Besessene von Wesenheiten, wie du es jetzt geschildert hast, die solche Wünsche haben. Wie gesagt, sehr hypothetisch und es gibt keine Ahnung wie viele Erklärungsversuche für Serienmörder, aber es ist vielleicht auch ein Aspekt, der mit reinspielen könnte. Der Herzlfresser, den ich erwähnt habe, der hat Menschen getötet und er beschreibt das auch in den Gerichtsakten. Er war von einem unstillbaren Drang erfüllt, in ihnen herumzumetzeln, wie er es nennt, und eben ihre Herzen zu essen. Er hat die rausgerissen und entweder frisch hineingebissen oder sie auch noch verwahrt und getrocknet, um dann zu essen. Und je nach Überlieferung, ich glaube, waren es drei oder sieben Herzen, die er geglaubt hat, essen zu müssen, um sich dann letztlich unsichtbar machen zu können. Also das ist eindeutig, das sind volksmagische Praktiken. Ich finde ja auch, es gibt ja auch andere Serienmörder immer mal wieder, die Kannibalen sind. Ja. Und da finde ich es auch interessant, auch der Akt des Kannibalismus korrespondiert mit Volksglauben. Es gibt ja auch immer kannibalische Kulturen und da gibt es oft die Vorstellung, wenn man jetzt den, gerade so bei so tribalen Kulturen gab es das, den den feindlichen Krieger im Kampf tötet und ihn dann verzehrt, eignet man sich dessen Kraft an. Und das scheint auch irgendwie miteinander zusammenzuhängen. Ja, das geht teilweise auch noch hin bis in moderne Jagdkultur, dass man vom Hirsch etwas isst als Jäger oder schlachtet das Ochsenherz oder ein Achtelliter Blut vom frisch geschlachteten Stier trinken zum Beispiel. Das kommt hin und wieder vor. Denk an der mit dem Wolf-Tanz, die Bison-Jagd-Szene, wo er dann auch dem Hauptcharakter John Dunbar die Leber rausschneidet und sagt so, beiß hinein. Nein, das ist diese Vorstellung, die Kraft des getöteten Feindes auf einen übergehen zu lassen, in gewisser Weise aber auch den Feind zu ehren dadurch, Kopfkult zum Beispiel. Die Kelten waren ja auch dafür bekannt, dass sie ihren Gegnern die Köpfe abgeschlagen haben, die dann aber einbalsamiert haben und aufbewahrt haben und auch präsentiert haben. Das waren ihre Trophäen und die waren ganz stolz darauf und haben dir aber auch geehrt. Also das war auch ein, schau mal, und der war ein wirklich großartiger Krieger, das hat lang gedauert, bis ich ihn getötet habe und so. Also das ist noch so ein nachträgliches, kein ich bin besser gewesen, sondern so ein, wie sage ich so, einander auf Augenhöhe begegnen noch nachträglich. Ja, es begegnen uns im Vampirglauben auf jeden Fall auch einfach Kulturstufen längst vergangener Zeiten, als so eine Art Nachhall im Volksglauben. Dann natürlich auch schon in einer entschärfteren Variante wahrscheinlich. Man weiß ja auch nicht, was für, ich nenne sie jetzt mal dunkle Kulte es in Europa gegeben hat, auch in vormittelalterlicher Zeit bei Kelten, Germanen, bei Slaven. Und wer weiß, was es da für druidische Bruderschaften gab oder so. Also es ist ja vieles möglich. Es gab ja Menschenopfer, das weiß man. Es gab einen weit verbreiteten Hexenglauben auch in Europa. Und da komme ich zum nächsten Gedanken. Glaubst du, dass der osteuropäische Vampirglaube eine Art Äquivalent ist zu dem, was wir dann im deutschen Sprachraum vor allem als Hexenglauben hatten? Hat viele Überschneidungen, ja. Aber auch in vielen anderen Kulturen, auch in Südamerika oder so, ist etwas, was wir vielleicht als paranormale oder Spukphänomene oder so bezeichnen würden, einfach das sind Hexen. Also das wird wesentlich weiter gefasst als bei uns und wurde bei uns früher eben auch weiter gefasst. Also wirklich ganz malevolenter Einfluss auf die Gesellschaft. Und ja, da gibt es ganz viele Überschneidungen, dass das, was bei uns früher oder eben auch in anderen Kulturen als Hexerei bezeichnet wurde, in Südosteuropa, da sind es die Vampire. Ja, also da gibt es Überschneidungen. Wie gesagt, ja auch etymologisch. Strigoi, Strix, Strega. Ja, Stregeria gibt es übrigens nach wie vor in Italien. Also vor allem in Süditalien. In Norditalien gibt es noch Reste von Familientraditionen von dieser volksmagischen Praxis. Und die sind eben durchaus nicht immer nur freundlich. Die wissen halt auch, sich zu wehren. Es stehen zwischen den Welten. Interessant finde ich nochmal, um meinen Gedanken von vorhin aufzugreifen, denn der Dracula im Roman, der kommt nach London und könnte es sein, dass Bram Stoker eigentlich was darstellt, was vielleicht eine Sehnsucht ausdrückt, dass jetzt diese okkulte Wesenheit nach London kommt. Weil, wenn wir mal schauen, der Vampir war vorher oder in Gegenden wie Rumänien ist das noch heute. Das ist ja ein Schreckensbild. Das ist wirklich was Negatives, vor dem man sich schützen muss, etc. Und im Zuge aber des Dracula-Romans und dieser Popkultur-Explosion, die darauf folgte, ist das was Romantisiertes geworden. Was, wo sich Subkulturen drum bilden, so Zweige vielleicht der Gothic-Kultur oder wo man auch über so Romanen und Hollywood-Filme der Vampirs irgendwie, der ist schon cool. Er ist in verschiedener Hinsicht. Er ist gezähmt worden. Er ist schon fast wie so ein Heldenfigur, ein dunkler Held. Und hat er nicht damit eigentlich was, auch wenn das jetzt vereinfachen ist, aber hat er nicht etwas Böses oder Dunkles oder Schädliches, vielleicht müsste man eher sagen Schädliches, in die Kultur eingeführt in Europa, was dann einen positiven Anstrich bekommen hat? Aus einer moralisierenden christlichen Sichtweise heraus, ja. Aus der Golden Dawn Sichtweise vielleicht nicht? Dazu kenne ich zu wenig Golden Dawn Sichtweise, aber ja, also sagen wir mal so, man könnte natürlich auch argumentieren, dieses, wie gesagt, extrem strenge, prüde viktorianische England hat halt diese Anteile verdrängt. Und Dracula ist eine Personifikation all dieser unbewussten Triebe und Sehnsüchte und auch ein Auflehnen gegen autoritäre Strukturen und ein hemmungsloses Nachgehen von auch sexuellen Begierden und Machtbegierden. Und insofern könnte man natürlich auch sagen, dass es gesund war, ihn nach England zu holen, um das, was verdrängt wurde, sichtbar zu machen, um damit umgehen zu können. Ja, ja, ich meine, der Vampir ist Sex, Rock'n'Roll sozusagen. Er ist auch jemand, der, ja, der ganz viele Tabus, wie gesagt, er tötet, er lebt seine Sexualität dämmungslos aus, er trinkt Blut, er ist ein Nachtgeschöpf, er, tatsächlich, er tut alles, was verboten ist. Ja, er verflucht Gott, so beginnt ja auch in der Darstellung von Stoker, der Werdegang von Dracula, dass er wirklich sich lossagt und Gott verflucht. Das ist natürlich eine ultimative Blasphemie. Und dann finde ich noch interessant, wie gesagt, dieser Graf Vlad, über den wir kurz gesprochen hatten, den hat ja erst Bram Stoker mit dem Vampir eigentlich verknüpft. Das war vorher eine historische Figur, interessanterweise war er aber Mitglied in diesem sogenannten Drachenorden. Und da gibt es ja auch viele Spekulationen, was es damit auf sich hat. Weißt du da mehr drüber? Ist das ein Thema, dem du dich schon beschäftigt hast? Nicht so viel, nein. Es ist nur so, er wird natürlich als einer der größten Kriegsverbrecher oder der grausamsten Feldherrn in der Geschichte immer dargestellt, weil er eben seinen Beinamen der Pfähler, den hat er nicht von ungefähr, er hat seine Feinde tatsächlich pfehlen lassen in Massen und hat dann gefrühstückt und beobachtet, wie die dort elendig verreckt sind. Ja, wobei man auch nicht weiß, ob das so war oder ob das Kriegspropaganda schon damals war, um ihn zu diskreditieren. Aber das ist eben unsere Darstellung. In Rumänien wird er zum Beispiel nach wie vor als Volksheld verehrt, weil er die Türken abgehalten hat. Das war ja die äußerste Bastion und die Türkenüberfälle, davor hat man Angst gehabt. Und Vlad war jemand, der sich dem entgegengestellt hat. Und ja, die haben ein wesentlich positiveres Bild von ihm. Was seine Zugehörigkeit zum Drachenorden betrifft, das ist gesichert, soweit ich weiß, aber viel mehr weiß ich nicht drüber. Also daher hat er seinen Beinamen auch. Draculea, das ist eben der Drache, seine Zugehörigkeit zum Drachen. Und ansonsten habe ich mich zu wenig noch damit beschäftigt. Naja, wäre nochmal ein Thema für eine eigene Sendung, der Drachenorden oder überhaupt so Orden im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit, noch bevor dann so ein Logenwesen und andere Geheimgesellschaften, wie sie heute können, entstanden. Aber wo es dann doch schon diverse Ritterorden und ähnliche Organisationen gab. Die es ja auch bis heute gibt, in vieler Hinsicht. Ich finde Vlad insofern interessant, dass er eben eine so zwiespältige Figur ist und so unterschiedlich gesehen wird. Und das passt eben auch zum Vampir. Insofern bietet er sich auch an, ihn mit dem Vampir zu verknüpfen. Ja, ja. Und es ist vielleicht ein Beispiel dafür, er ist Projektionsfläche. Genauso wie der Vampir-Projektionsfläche ist auch, sowohl literarisch oder künstlerisch als auch gesellschaftlich. Wie gesagt, im viktorianischen England, die Camilla, ein weiblicher, lesbischer Vampir. Oh mein Gott, Skandal. Und dann Dracula, der offensichtlich stärker ist als das Empire. Und eben diese hemmungslose Sexualität und Machtgeilheit. Machtgeilheit. Später dann, also ich habe so das Gefühl, jedes Jahrzehnt hat so seine eigene Vampir-Vorstellung. Oder wie wir den Vampir stilisieren, sagt sehr viel aus über die Gesellschaft. Übrigens auch, das finde ich spannend, wenn es der Gesellschaft recht gut geht, dann haben sie eine Vampir-Faszination. Vampire sind ja auch oft, also so wie sie ursprünglich dargestellt wurden, adelig, reich. Da gibt es eine, ja eine gewisse sogar auch Dekadence, die sich da ausdrückt. Wenn es der Gesellschaft richtig schlecht geht, dann ist der Fokus auf Zombies. Das ist auch interessant, da habe ich mal was gelesen, hat mal ein, irgendein Literaturwissenschaftler, ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber der hat Vampir-Literatur untersucht und dann festgestellt, dass der Großteil der Vampir-Romane und Erzählungen spielt immer in einem Adelskontext. Ja. Also der Vampir ist fast immer adelig und mit Schlössern assoziiert. Das ist selten, ist der Vampir ein Bauer oder irgendwie jemand normales. Ja, ja, das hat eben mit dieser Macht und Einfluss zu tun. Und könnte es nicht auch eine verdeckte Kritik am Adel sein? Ohne weiteres. Ohne weiteres. Die Adling jetzt mit dem Vampir zu assoziieren, dem Volk das Blut aussaugen. Ja, ja, absolut, absolut, klar. Und ja, wir hatten ja vorhin schon auch darüber gesprochen, wo du jetzt diese Typen von Vampiren, wie sie so in Rumänien bekannt sind, beschrieben hast. Da hatten wir das Thema kurz angeschnitten, Besetzung. Also, dass man auch besetzt ist. Und vielleicht können wir ein bisschen darüber sprechen, wie kann man sich überhaupt eine Besetzung vorstellen? Da gibt es ja, wahrscheinlich bei jedem klingelt jetzt irgendwas von Dämonen besessen oder bösen Geistern. Aber jetzt, ich meine, du bist der Experte für magische Fragen. Eine seriöse Definition davon, was passiert bei einem Besetzer? Ja, da bewegen wir uns jetzt zuerst mal im Geistermodell der Magie, also der Vorstellung, dass magische Phänomene durch Spirits hervorgerufen wurden. Oder man agiert mit Spirits, mit feinstofflichen geistigen Wesenheiten, die dafür verantwortlich gemacht werden, wie gesagt. Das ist jetzt mal eine vereinfachte Form, um sich dem zu nähern. Natürlich kann man das Ganze auch im Energiemodell, im psychologischen Modell oder im Informationsmodell erklären. Aber ursprünglich, und das ist eben, wie gesagt, eine sehr alte Vorstellung, bewegen wir uns da im Geistermodell, das auch das älteste Modell ist. Und da haben wir die Vorstellung von körperlosen Wesen, die Schmarotzer sind, könnte man sagen. Die, so wie wir von Licht und Liebe und Nahrung leben, brauchen die halt auch Nahrung. Und das sind sowas wie Ängste, wie Süchte oder Zorn oder all das. Davon ernähren die sich. Und die heften sich an das Energiefeld eines Menschen an, um zu partizipieren davon. Ich habe vorher schon ein paar Beispiele gebracht. Und rufen diese negativen Emotionen, Süchte, Ängste und so weiter hervor, um sich immer wieder ernähren zu können. Die Intelligenteren davon machen das subtil, weil dann haben sie möglichst lange was davon. Und dann gibt es welche, die versuchen, den Menschen, den sie da befallen, sozusagen komplett rauszudrängen und selber Besitz zu nehmen von dem ganzen System. Da spricht man dann von Besessenheit. Das ist wesentlich spektakulärer. Das ist das, was wir aus Hollywoodfilmen kennen, der Exorzist. Oder viele Vorstellungen, wie sie auch heute noch praktiziert wird. Die katholische Kirche bildet ja nach wie vor Exorzisten aus, ganz offiziell. Wir haben auf Reich und Stark mal ein Video dazu auch gemacht, ein Interview mit einer Freundin, die da tatsächlich religionswissenschaftlich forscht dazu. Und die sind aber nicht so intelligent, weil natürlich, wenn der Wirtskörper stirbt, dann haben sie selber auch nichts mehr davon. Aber die sind spektakulärer. Die Besetzungen, die Besetzungen, es gibt dann auch noch so eine Vorstellung von Umsetzung oder so. Aber der Einfachheit halber mal so Besetzungen. Parasiten. Die können für hellsichtige Menschen sich so darstellen wie, keine, ja eben so Dämonen, die irgendwo dran sitzen. Die halt wirklich, also ich habe es ein paar Mal gesehen, das ist wirklich so wie diese Gargoyles, wie diese Wasserspeier oder so. Das muss aber nicht gegenständlich sein, das können auch sowas wie geometrische Formen sein. Ich habe es oft auch wahrgenommen wie so eine Art Waffen, die irgendwie durch den Körper gehen. Wie gesagt, alles im feinstofflichen Bereich. Das wären so, jetzt ganz, ganz schnell gesagt, Besetzungen. Die, ja, ihren Wirtskörper vampirisieren. Also die von dessen Lebenskraft, Lebensenergie leben. Ich frage mich dann, so wie du es jetzt beschrieben hast, ist die Wesenheit, die dann einem Menschen befällt, ja eigentlich sowas wie der Vampir. Im Vampirvolksglauben ist ja aber der Befallene der Vampir. Er wird dadurch. Die verschmelzen also eigentlich. Ja, genau. Das Geistwesen und der Wirt werden dann selber. Sie, wie ein Virus im Prinzip, das umschreibt und es zu einem Gleichwertigen macht. Finden Sie auch interessant durch die Besetzung, wenn dann der Besetzte dann auch zum Vampir wird, ist es so, als würde sich ja auch dieses Geistwesen materialisieren. Ja, ja, seinen Einfluss ausdehnen, das wollen Wesen überleben und ihren Einfluss vergrößern. Das wollen auch die. Ich sage auch vielleicht noch dazu, das muss jetzt nicht unbedingt böse sein. Das lehnen wir natürlich ab, das wollen wir nicht. Aber ob es in einem moralischen Sinn böse ist, das ist so, wir haben auch mal Parasiten im Darm. Ja, es ist so ähnlich, die Wölfe böse ja scharf reißen. Etc. Es gehört alles zu diesem spirituellen Ökosystem, in das wir eingebunden sind und für die sind wir Nahrungsquelle. Das heißt nicht, dass wir die willkommen heißen müssen, indem wir so ein Fußabtreter vor die Tür legen. Durch welche Verhaltensweisen machen sich denn Menschen besonders anfällig dafür? Gute Frage, ja. Also sozusagen alles, was das energetische Immunsystem schwächt, das sind tatsächlich Momente von extremer Angst. Also so ein massiver traumatischer Schock könnte das sein. Massive körperliche Schmerzen, also so wie bei Folter zum Beispiel, wo einfach das energetische Immunsystem zusammenbricht und man dadurch Andockstellen bietet. Das heißt nicht, dass es dann automatisch passieren muss, aber da ist es dann halt mal ungeschützt. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man zum Beispiel, habe ich schon erlebt, Narkose. Wenn das, heißt nicht, dass das jetzt bitte jedes Mal passiert, aber es ist eine Möglichkeit, dass das genauso auch schlecht durchgeführte Hypnose, magische Rituale, wenn man nicht aufpasst. Ja, es gibt ja dieses Bild von, bei Faust kommt das vor, Mephisto kann Fausts Wohnstadt nur betreten, weil er das Pentagramm nicht durchgezogen hat, weil da sozusagen noch an einer Stelle ist es offen, das war nachlässig und deswegen kann Mephisto in Form des Pudels Fausts zu Hause betreten. Und so ähnlich ist es da auch, also wenn man sozusagen in magischen Ritualen nicht auf seinen Schutz achtet, dann bietet man Angriffsstellen. Und auch schamanische Rituale, man reist in die Welten dieser Wesen, nicht unbedingt diese, aber sagen wir mal so, man geht in den Dschungel und da kann es halt passieren, dass der Jaguar da ist. Muss nicht immer sein und vielleicht hat er auch gerade keinen Hunger, aber so ähnlich, also das kann halt passieren. Und wenn man da nicht weiß, wie man damit umgeht, dann kann es sein, dass man sozusagen sich eine Besetzung einfängt, was auch jetzt nicht unbedingt so schlimm ist. Viele assoziieren damit sofort, oh mein Gott, eben Dämonen und das kann auch sein, dass die, die nehmen sich ihren Part, die saugen sich mal voll und dann geht es dir eine Woche vielleicht nicht so gut und dann fallen sie wieder ab. Ja, das ist, also man muss deswegen jetzt nicht gleich in Panik verfallen. Gibt es eigentlich die Vorstellung, dass wenn jemand jetzt besetzt ist und vielleicht sogar von mehreren Wesenheiten besetzt ist, dass der, wenn man mit so einem Menschen Kontakt hat, und jetzt wie wir beide nebeneinander sitzt, dass die überspringen oder wie, weil du es ja auch voll mit dem Virus verglichen hast, gibt es sowas, können die besetzt eine andere… Ja, ja, dann muss man Astral Distancing halten oder so. Manchmal gibt es diese Vorstellung, ja, wobei in den meisten Fällen ist es so, die, also sie versuchen vielleicht, indem sie ihren Wirtskörper animieren, negative Handlungen zu vollführen oder schädliche Handlungen wie einen Streit vom Zaun zu brechen dann oder vielleicht sogar eine physische Attacke oder so, um dadurch beim anderen eine Öffnung hervorzurufen und dann zu sagen, naja, vielleicht hat der ja mehr, das Gras ist vielleicht auf der anderen Seite grün und springe ich da drauf. So, das ist möglich, aber da kann man natürlich auch sehr leicht paranoid werden. Jaja, ich frage einfach nur nach, um diese Vorstellungswelten besser zu verstehen oder für unser Publikum sie ein bisschen bildhafter zu machen, wie man sich das eigentlich vorzustellen hat, wie das sein kann oder wie es in den magischen Traditionen beschrieben ist. Ganz genau. Natürlich ist das, wie gesagt, je nach Region gibt es dann viele unterschiedliche, differenziertere Ausbildungen. Das ist jetzt so mal eine ganz vereinfachte Grunddarstellung und auch wie man dann damit umgeht, was da hilfreich ist und so weiter. Das ist dann je nach Region, je nach Tradition, je nach Praktizierenden ganz unterschiedlich wieder. Also da muss man selber halt Erfahrungen sammeln, wenn man das denn möchte. Das ist keine schöne Geschichte. Allerdings habe ich es tatsächlich schon erlebt, dass es sehr berührend sein kann, wenn man Besetzungen exorziert. Das ist so ähnlich wie in der Therapie, wenn man merkt, das ist vielleicht auch nicht unbedingt schön, sich irgendwelchen Schattenthemen zu stellen. Aber wenn sich dann sowas auflöst, zum Beispiel im Ahnenfeld bei systemischen Aufstellungen und man dann merkt, das ist plötzlich befreit, das wird schön. So kann das auch passieren, wenn eine Besetzung entfernt wird. Da muss man genau wissen, was man tut, aber das kann sogar echt berührende Momente dann haben. Was ich erlebt habe, immer wieder ist oft, die wollen sogar oft gehen. Die halten selber gar nicht gut aus, die mögen das nicht unbedingt. Sie wissen halt nur nicht, wo sie stattdessen hingehen sollen, wovon sie sich stattdessen ernähren sollen oder so. Und wenn man da mit ihnen in Kontakt tritt, zu merken, die wollen nicht unbedingt was Böses, die suchen auch nur eine Nahrung. Sie wissen halt nicht, wie sie stattdessen zu ihrer Energie kommen und sind sogar vielleicht dankbar dafür, wenn man ihnen Alternativen anbietet, ohne sie zu verteufeln. Dann kann das sogar auch eine schöne Arbeit sein, aber sie ist eben alles andere als ungefährlich. Ich sehe das Problem vor allem darin gesellschaftlich, dass Europa seine Verbindung zu seinen schamanischen und mythologischen Wurzeln verloren hat und uns dadurch eigentlich die Praktiken fehlen, um mit solchen Phänomenen fertig zu werden. In anderen Kulturen gibt es noch genug Schamanismus und Heiler und selbst im Katholizismus Exorzisten. Aber da würde jetzt ja auch der normal aufgeklärte Bürger auch nicht hingehen. Zu Recht in den meisten Fällen, weil sie da halt das auch sehr reduzieren. Im Islam zum Beispiel ist es auch, da gibt es Sheikhs, die machen das und die haben zum Beispiel wesentlich mehr Handhabe als katholische Exorzisten. Das wäre jetzt ein ganz eigenes Thema wieder. Aber ja, uns fehlt oft der Zugang dazu. Ich möchte übrigens auch davor warnen, jetzt aus esoterischer Sicht jegliche psychologische Störung als Ausdruck einer Besetzung zu interpretieren. Also das kenne ich auch so. Alle, die in der Psychiatrie landen, sind ja eigentlich nur besessen und besetzen. Das stimmt nicht. Es gibt auch einfach neurologische Störungen und systemische und was weiß ich was für Hintergründe. Also das wäre jetzt auch völlig falsch, das über einen Kamm zu scheren. Aber ich fände es interessant, in diesem Zusammenhang eine zusätzliche Sichtweise anzubieten. Und zu sagen, ja, es gibt eben Erfahrungswerte damit in vielen Kulturen, dass manche Probleme und manche Störungen unter Umständen auch durch Besetzungen hervorgerufen werden können. Es ist auch noch interessant die Frage, wie man sich aktiv davor schützen kann. Ja, das Wichtigste ist, keine Angst zu haben. Angst schwächt unser Immunsystem am nachhaltigsten, sowohl physisch als auch energetisch. Also deswegen warne ich davor, deswegen sage ich auch dazu, ja, es kann mal passieren. Also ja, nicht in so eine Paranoia verfallen und überall Dämonen sehen, die einen verfallen. Ich muss sagen, ich hake einfach mal ein, weil mir kommt ein Gedanke. Wir haben ja jetzt so eine sogenannte Pandemielage, eine durch Medien gesteuerte Massenhysterie, eine Massenangst und den Maskenzwang, wo es mir auch schon fast ankommt, also vorkommt, als wäre die Maske eine symbolische Besetzung. Wo musst du soweit mitgehen? Ja, absolut. Meiner Meinung nach ist diese ganze Diskussion, die geführt wird, längst religiös und nicht mehr wissenschaftlich. Und zwar auf allen Seiten. Das ist inzwischen zur Weltbildfrage geworden. Und dahinter sehe ich tatsächlich Egregore, die versuchen, Einfluss zu kriegen. Und wie gesagt, Angst schwächt unser Immunsystem, das ist bekannt, extrem stark. Also nicht in Angst zu verfallen und sich seine Haltung zu bewahren, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Eigenschaften. Und dann gibt es natürlich Schutztechniken en masse. Auch da muss man schauen, was passt, was ist speziell gegen solche Wesenheiten oder gegen eine Art kollektiver Hysterie zu machen. Da gibt es Möglichkeiten, ja. Ja, ich hatte einfach gerade so diesen Gedanken, dass ja auch die Maske, die man dann sich aufsetzt, aufsetzen muss. Das erinnert mich an die Wesenheiten, die du beschrieben hast, wie dunkle Gestalten, die sich so anhaften. Jeder ist verurteilt dazu, so eine Anhaftung im Gesicht zu haben, sich mit der Angst zu identifizieren. Wie die Facehugger bei Alien. Die davon auch genährt werden. Ja, 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 ja. Aber ich will da jetzt auch gar nicht zu weit ins Detail gehen. Der Gedanke kam ja einfach nur wie eine Zwangsanhaftung, zumindest in materieller Form, symbolischer Form. Aber auch das Immaterielle und Materielle gehen ja auch ineinander über. Also es ist ja immer eine Frage der Perspektive, wie wir das einordnen oder hängt miteinander zusammen. Ja, ja, absolut. Ich finde es ja immer wieder interessant, wie eine Massenhysterie auch instrumentalisiert wird. Die Angst vor den Vampiren im Habsburger Reich war auch gesteuert durch antimonarchistische Ressentiments. Also die haben das auch genutzt, um gegen die autokratische Herrschaft aus Wien mobil zu machen. Ja, die Massenhysterie gegen, was weiß ich, die bösen Russen, gegen die Terroristen, gegen alles. Alle diese, wie du gesagt hast, massenmedial gesteuerten Hysterien haben eine besetzende Funktion. Sie dienen dazu, uns in eine bestimmte Richtung zu manipulieren. Ich möchte mal eine gewagte These in den Raum stellen. Du hattest ja dieses Beispiel gebracht im Habsburger Reich. Es gab diese Vampirhysterie und Maria Theresia hat dann diesen Arzt dahin entsandt, der das untersucht. Und dann hat Bericht verfasst und danach gab es den Erlass aufgrund seines Berichtes. Man möge doch diese ganzen leichenschänderischen Praktiken zur Vorbeugung von Vampiren oder zur Abwehr von Vampiren unterlassen. Und ich glaube, die normale, moderne Sichtweise darauf ist natürlich klar. Jetzt ist da die aufgeklärt oder ich weiß nicht, inwieweit Maria Theresia jetzt aufgeklärt gilt. Aber zumindest die gebildete Monarchin, die schickt einen Arzt, also einen aufgeklärten Wissenschaftler, der untersucht das. Ist alles Blödsinn und wird verboten. Man könnte es aber auch so interpretieren. Nehmen wir mal an, die hatten auch ein Wissen um die Vampirwesen, um die Besetzung. Und jetzt haben sie per Dekret eigentlich dem Volk verboten, sich davor zu schützen. Also sie haben ja damit, wenn man das so sehen würde, letztlich ja den Vampirismus gefördert, indem man alle Schutzmaßnahmen abgeschafft hat. So als ob man den Brandschutz abschaffen würde und sagt, das ist alles Aberglaube. Dürft keine Feuerlöscher und Feuertreppen mehr haben. Das ist eine schöne Idee für eine so Alternate-History-Geschichte. Ja, ich mag, dass manchmal neue Perspektiven auf altbekannte Themen einfach mal zu werfen und einfach mal zu schauen. Dann, wenn man solche Gedanken so durchdenkt, wo kommt man hin? Ist es totaler Blödsinn? Kommt man vielleicht aber auch zu ganz interessanten Ergebnissen, denn... Que Bono, was hat die Habsburger Monarchie davon, dass... Vor allem, ich kenne mich jetzt mit Maria Therese im Detail leider nicht so gut aus. Ich weiß aber, dass ganz viele Höfe und auch der österreichische Hof hatten okkulte Zirke, hatten Gelehrte, hatten ihre Astrologen, ihre Alchemisten, ihre Kabbalisten. Insofern denke ich, dass ein okkult-magisches Wissen auch an Höfen vorhanden war, ein Wissensbestand oder Kreise bestanden, die sich damit beschäftigt haben. Das ist, glaube ich, gesichert und bewiesen. Wo jetzt Maria Therese als Person sich dort gesehen hat, das weiß ich leider nicht. Aber ich finde es dann doch interessant, wenn Monarchen dann sowas bestimmen. Also wir aus unserer jetzigen Sicht, vielleicht nicht wir beide, aber so der Normaleuropäer, der sieht das natürlich im Sinne vom Fortschritt. Ja komm, da haben sie den blöden Aberglauben beseitigt. Aber vielleicht haben sie ja auch die Menschen ihres Schutzes beraubt. Mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und vor allem, wie gesagt, die antimonarchistischen Tendenzen oder die Tendenz, sich loszusagen vom Habsburger Reich, damit auch gleich natürlich noch. Das ist ja auch von den Vampiren loszusagen. Ja, eigentlich sind die Vampire ja gar nicht in Rumänien, sondern sitzen in der Hofburg. Naja, die ersten Vampir-Romane spielen in Österreich. Mehr darf ich dazu jetzt nicht sagen. Aber es sind doch zumindest mal interessante Gedanken und die Zuschauer können ja auch selber weiterdenken und haben vielleicht noch andere Details, auf die wir jetzt gar nicht kommen, wie man diese ganzen Thematik noch sehen kann. Das mag ich ja auch an der Fantastik, dass man eben, wie gesagt, Alternate History, dass man solche Geschichten spinnen kann, um zu schauen, was macht das. Kreativ bleiben im Interpretieren der Dinge, die gerade passieren. Weil ich finde es schon interessant, wenn so adlige Kreise auf der einen Seite den wissenschaftlichen aufgeklärten Fortschritt propagieren und fördern und auf der anderen Seite, was man ja auch wirklich weiß, selber immer wieder in Logen und okkulten Zirkeln involviert sind. Wobei natürlich auch viele okkulte Zirkel gerade am Anfang okkultes Wissen und Wissenschaft vorangetrieben haben. Da konnte man das sicher nur auch innerhalb der Logen austauschen, weil man ansonsten aber auf dem Scheiterhaufen gelandet wäre. Ja, ja, natürlich. Die Entwicklungen, die hängen auch miteinander zusammen, auch die Aufklärung und die mystischen Strömungen. Aber es ist natürlich auch interessant, wenn man jetzt dem Volk seinen Volksokkultismus, sage ich mal, verbietet, seine magischen Volkshandlungen, dann hat man gegebenenfalls ja auch in so einem Machtzentrum selber das Monopol da drauf. Ja, natürlich. Und das ist halt immer auch etwas, was die Herrschenden interessiert. Ein Monopol darauf, wie gedacht und gefühlt zu werden hat. Und wer sich wovor schützen darf, welchen Einflüssen. Sicherlich haben dann solche Dekrete, die sowas verboten haben, haben auch mit dazu beigetragen, zu dieser, ich sage es mal, spirituellen Verarmung, die wir jetzt in Europa haben. Zu dieser Misere eigentlich, diesem Ausgeliefertsein, denn der normale Europäer, der westliche Mensch leugnet die geistige Welt, ist ihr ausgeliefert, folgt aber eigentlich wissenschaftlichen Narrativen, die bei näherer Betrachtung in okkulten Kontexten entstanden oder auch so im Kern und damit noch zusammenhängen. Und die inzwischen auch selber ja religiöse Züge annehmen. Von vornherein zu sagen, okkulte Dinge müssen nicht mehr erforscht werden, das ist doch längst klar, das ist erwiesen, dass das Blödsinn ist. Das ist genau die gleiche Haltung wie die Inquisitoren, die sagen, wir müssen nicht durchs Fernrohr von Galiläe sehen, wir wissen schon, weil das steht doch in der Bibel. Und es gibt eben gar keinen Diskurs in vielen Fällen und meistens verhalten sich die Vertreter der Mainstream-Wissenschaft auf religiöse Art und Weise und eben nicht so, wie mir erklärt wurde, dass Wissenschaft ist. Nämlich zu sagen, ah, da gibt es interessante Phänomene, wir wissen nicht, was es ist, also untersuchen wir es ergebnisoffen. Finden mal solche Wissenschaftler. Also es gibt sie, aber auch die halten sich im Hintergrund. Invisible College. Invisible College, ja. Das ja tatsächlich eben ursprünglich gegründet wurde, um sich so austauschen zu können tatsächlich unter Gleichgesinnten und nicht Angst haben zu müssen, auf dem Scheiterhaufen zu landen. Und heute ist das nicht viel anders. Ja, Jacques Vallée schreibt ja auch davon zum Beispiel, dass es solche Invisible Colleges nach wie vor gibt. Also ich, ja, ich glaube, das, was wir hier machen, ist auch ein, diesen Diskurs aus dem Elfenbein-Zirkel wieder auf die Straße zu bringen. Ja, ich finde noch interessant, die Fragestellung, es gibt ja mittlerweile ja auch aus der Literatur und aus den Filmen so eine entstandene, tatsächliche Vampir-Szene. Ich weiß es jetzt, dass man die Gothics und alles da noch unterteilt, da kenne ich mich zu wenig aus, aber ich habe da mal sowas gesehen, in den USA war das jetzt in New Orleans, eine Dokumentation, da gab es so eine ganze Gruppe, die haben in so einem Haus, in so einer großen WG zusammengelebt, da haben alle gesagt, wir sind Vampire, also so eine Art Menschen, die jetzt Vampir spielen und sich tatsächlich gegenseitig Blut aussaugen und solche Zirkel. Wo ordnest du so etwas ein aus magischer Sicht? Wo ist der Übergang zum Satanismus, zu destruktiven Gruppierungen? Was sind das für Leute? Was treiben die da? Ja, es gibt einerseits die Live-Rollenspieler, die Vampire spielen, die ordne ich da jetzt gar nicht zu. Das ist ein, ja wie gesagt, ein Verarbeiten des Themas im Live-Rollenspiel. Das, worauf du ansprichst, das sind, ja, es ist eine sehr kleine Subkultur, die, soweit ich das weiß, und ich habe da kaum Einblick, aber soweit ich es weiß, achten sie zum Beispiel sehr drauf, dass das Ganze konsensuell passiert und die beißen sich nicht so, sondern sie nehmen sich mit sterilen Nadeln Blut ab und trinken. Also da achten die sehr darauf und das ist bis zum gewissen Grad, glaube ich schon, Ausleben eines Fetischs, bis zum gewissen Grad halt natürlich auch Selbstidentifikation mit einer verschworenen Gemeinde, mit einer Subkultur. Und satanistisch ist es, also nicht vom Ursprungsgedanken her, soweit ich weiß. Also natürlich mag es solche selbst deklarierten Vampire geben, die auch Satanisten sind. Ja, und auch Satanismus ist ja nicht gleich Satanismus. Da gibt es ja auch zum Beispiel die rein politische Richtung. Also deswegen, also natürlich wird es Überschneidungen geben hin und wieder, aber ich glaube, da gibt es oft wirklich sehr sensationsreichende Berichte drüber, die nicht zu zutreffen. Ja, genau. Was ich noch interessant finde, es gibt ja die, ja ich glaube, hier kann man von Fug und Recht von der Verschwörungstheorie sprechen, die so grasiert, dass einige unserer wirklich mächtigen Eliten eigentlich auch sich verjüngen durch Blutsaufen und wird auch referiert oft auf die ungarische Gräfin Bathory, der man ja nachgesagt hat, sie hätte so an die 600 Jungfrauen ermordet und im Blut gebadet. Die auch in Österreich war, ja im Burgenland auf Schloss Lockenhaus. Das ist sowieso ein ganz okkultes Schloss. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass das Motiv, weil ich will das jetzt diese Geschichten gar nicht bewerten. Ich weiß, jetzt wird der eine oder andere sich aufregen oder er hat das jetzt gebracht und nennt das Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie ist für mich erstmal nur so ein Sammelbegriff, können es auch kritische Theorien oder sehr fantastische Theorien nennen. Ich finde es aber interessant, dass es das Narrativ gibt, dass den Adel, vor allem den Hochadel, mit Blutsäufern und sich durch Opfer von unschuldigen, verjüngenden Vampiren assoziiert. Ja. Kann man drüber nachdenken, wie das zu verstehen ist. Und das ist eben das Spannende, so wie wir in unserer ersten Sendung schon gesprochen haben, dass Geschichten oder Mythen halt immer ein Echo bilden, woher du auch rufst. Du kannst das jetzt verschwörungstheoretisch interpretieren, du kannst es klassenkämpferisch interpretieren, im Sinn von, ja, die saugen der arbeitenden Masse das Blut aus, im übertragenen Sinn. Du kannst es magisch interpretieren, du kannst es psychoanalytisch interpretieren und so weiter. Und es wird immer stimmig sein. Du kriegst ein Echo, woher du auch rufst. Ob das jetzt dann faktisch richtig ist, ist eine andere Frage. Da wäre es dann interessant, alle Interpretationen zu vergleichen und auf gemeinsame Nenner hin zu durchforsten. Aber dazu muss man halt bereit sein, das Paradigma zu wechseln und sich unterschiedliche Interpretationen anzuschauen. Ja, ich finde, das ist, glaube ich, auch ein schönes Schlusswort oder ein schöner Schlussgedanke für diese Sendung. Ich danke dir riesig, dass du den weiten Weg hierher auf dich genommen hast, dich hierher gezaubert hast. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Vampire und Besetzungen zu sprechen, das Thema mal aus verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Von der Literatur dann doch bis zur Magie, hat mir sehr gefallen. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Sehr gerne, danke. Hat mir wieder große Freude gemacht. Ich mag es eben genau, diese Verbindungen zu ziehen und sich nicht auf eine Blickweise zu beschränken, sondern eben zu schauen, inwiefern zieht sich das durch verschiedene Genres, Weltbilder und so weiter durch. Und dann zu sagen, für welches entscheide ich mich. Das ist der magische Akt. Ja, und liebe Freunde, wer Bernhards Kanal noch nicht kennt, schaut da unbedingt mal vorbei. Reicher und stark heißt er. Und wer die Sendung bei Bernhard sieht und mich noch nicht kennt, schaut doch mal vorbei bei Charles Fleischauer Geheimnisvolle Geschichte. Auch da gibt es Spannendes zu entdecken. Und in dem Sinne, liebe Leute, sage ich, ciao, bis bald. Die Welt ist magisch.